Ruhig zu Absturz zockt The Forest Multiplayer mit i.k.a. Anne und Big Quantum. Ja, wir sind wieder zurück im Wäldchen. Nein, sind wir nicht. Wir sind in der Höhle, denn wir sind die Höhlenmeister. In der letzten Folge, der Big hat einen Mutanten gesprengt. Er betont auch, dass nur er das war. Genau. Hi Leute und willkommen zurück. Und jetzt geht's direkt weiter tief in die Höhle, in das Loch. Und natürlich auch von mir, Hallöchen, alle da draußen, die hier wieder eingeschalten haben, wenn wir drei Hanseln die Höhle durch Forsten, Weiße, Forsten, Vorresten, durch Forresten, durch Schwülen. Hast du schön gesagt, Anne. Anne, hast du gut gemacht. Nein, nein, absolut. Eichel, so. Getächtigt. Ja, genau. Batsch, 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 batsch. So, also ich mach schon runter, ne? Ja, ich folg dir immer mal. Und ich muss, muss mal kurz auf was zurückkommen, was ich mal erwähnen wollte. Oh, das ist auch eine schöne Textur. Ich würde es geil finden, sehr, sehr nice sogar, würde ich es finden, wenn der Troje mal mit Facecam spielt. Ja, stimmt. Damit der Gaming-TV... Wird auch mega geil finden. Schreibt mal in die Kommentare, wenn ihr möchtet, dass der Gaming-TV mal mit Facecam spielt. Die Textur ist nicht platt, aber... Äh, Stille bitte... Schönes BNG auf jeden Fall. Ja, aber man muss dazu erwähnen, dass Spiels noch in der Entwicklung, ne? Ja, es kommt ja dieses Jahr raus, also... Für die PS4, ne? Ja, und wenn's dann für die PS4 kommt, sind wir die Pro-Gamer auf der Konsole. Was das Spiel lang geht. Richtig. So, ich hab... Ich weiß aber, ich weiß, ob ich das für die PS4 holen werde. Nö, ich hab's ja auf PC, also... Oh, doch, ich werd... Komm, sammel dir mal die Snacks hier ein, du regst dich mal auf... Wo sind die Snacks? Hier hinten, die auf Medizin, ne? Wo? In der Nacht, hier hinten, da, auf die Medizin. Ach ja, ja, danke. Wo hast du hier Snacks? Wo hast du hier Snacks liegen? Hab ich die schon gesammelt? Ja, ich hab's ja. Ha. Rob, hier liegt noch Medizin. Hab ich, hab ich, hab ich alles schon, hab ich alles schon am Stand. Wo liegen hier keine Snacks? Wo geht's jetzt weiter hier? Ich hab keine Ahnung. Snack, Snack, Snack. Wo ist Snack, Snack? Snack, 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 Snack. Ich hab hier gar keines Snacks. Ähm, ist das hier ein Sackgass, oder was ist denn das hier? Dafür irgendwas muss ja die Höhle gut sein. Ich mach jetzt mal ganz kurz. Wir suchen das mal alles schön ab. Weißt, wir haben jetzt... Wir haben so einen geilen Cliffhanger gemacht. Ja, da gehen wir runter und das... Und dann ist hier nichts. Können wir irgendwas sprengen? Oder müssen wir hier irgendwas sprengen, oder... Ne, ne? Irgendwas zum Finden ist sicher auch nichts. Die Höhle besteht nur aus Sackgassen. Eigentlich sieht übelst interessant aus mit den Illumizenzen. Mit dem was? Die haut hier mit Begriffen um sich... Harte ich mal, totale Geologin hier. Warte mal, hier hinten bis jetzt kann man noch weg. Achtung! Au! Da sind über Tausende von Jahren gewachsen. Und dann geht die an. Okay, Leute, hier geht's, glaube ich, wirklich nicht weiter. So, die Anna, Alter. Na, ich hab' schon gedacht, die Hände sind bis zu euch, oder? Von, das Komische ist, da oben hängt noch eine... Alle... Jo. Was hängt da? Da oben? Da hängt noch in, als würde es hier weitergehen, aber irgendwie... Chillt, der da einfach nur so krägt. Der chillt sein Leben. Ich glaube, hier geht's echt nicht weiter. Ne. Gut, okay, der Cliffhanger. Es tut uns natürlich leid, dass wir euch jetzt geködert haben, die Folge anzuschauen. Das haben wir natürlich gewusst, wir haben das im Absicht gemacht. Richtig, Clickbaiting nennt man das Ganze. Ich hab's nicht gewusst, ich wurde nur mitgerissen. Ich wurde mutwillig getäuscht. Hä, das war doch, das war doch eure Idee. Was? Die kam definitiv nicht von mir. Was? Kann mich erinnern, Big, kannst du dich auch noch erinnern, wo der Anna uns angeschrieben hat, hey, würdet ihr mal mit mir The Forest spielen? Die hat gesagt, hier unten geht's scharf. Da müssen wir... Ich will dann mit euch in eine Höhle gehen und da ist die übelste Action, aber dafür müsst ihr mitspielen, dass ich euch das zeigen kann. Ja, dann müsst ihr nochmal ins letzte Video schauen. Und würdet ihr, würdet ihr mal ganz, ganz lieb mit mir mal The Forest spielen, damit ich mal ein paar Aufrufe krieg? Ja, genau. Na, hat Anna uns direkt angeschrieben. Hier geht's weiter. Yeah, Anna, die Geologin, also Geologin Anna, nimm ich dann die Folge. Ich bin Indiana Jones der Geologie. Yeah. Die Indianerin. Der Geometrie. Also Indiana Johanna dann sozusagen. Ja. Jo, Anna, Johanna. Jo, Anna. Jo, Anna. Hey, hier kann man speichern. Und hier ist ein Geo. Und Feuer. Und irgendwas zum angucken. Aber es... Aber es bleibt weiterhin spannend. Bei The Forest. Ich speichere jetzt direkt, zack. Also hier gibt's wieder Alk. Ne? Also pass mal auf. Ich weiß nicht, was cooles, interessantes gefunden. Ist das nur tolles gefunden? Oder Anna, was haben wir hier gefunden? Wir haben gefunden. A dark-haired person, who is trying to harm you, will appear for life and you are extremely happy. You are an Akinamba. Okay, das ist so. Ha, 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 ha. Ja, das ist wie aus Glückskeks. Ja, eine schwarzhaarige Person. Die wird versuchen... Die wird versuchen... Oh, die wird aber bald wieder aus unserem Leben verschwinden. Oh, oh. Wir werden dann extrem glücklich werden. Anna? Ja? Schau dir mal bitte die Haarfarbe vom Big an. Oh, oh, Leute. Ich habe euch was verheimlicht. Der Big ist der Traitor. Hä, wer ist denn in Bigs an der Haarfarbe? Die ist dunkel. Eine dunkelhaarige Person. Die Anna checkt das Karte. Du... Ha, du habe aber auch gebraucht, also... Was? Hier mit den falschen Personen im Wald. Warte, ich muss doch speichern. Ich war ja total beschäftigt. Na, mach doch zs. Komm mal klar auf dein Leben, Allah. Ey, komm mal raus. Komm mal wieder raus. Wollen wir raus? Ja, sicher. Ciao. Ja, sicher. Oh, Tageslicht. Alter. Ihr seid schon wieder am Westwald? Das... Ich glaube, ich gönne dir das, weil du kommst raus, siehst Tageslicht. Und dann kriege ich einen auf dem Schädel. Oh, wir sind hier bei den Containers. Oh, oh. Ach so, es ist nur der Wind, Gott. Ich dachte schon. 5000 Watt Willi. Und seine super Freunde. Da werden wir jetzt am Strand langschlendern, ein kleines Stück. Und dann gehen wir mal in unsere Base. Dann sind wir ja schon bald wieder rum. Ey, wir wollten doch auch mal ein übelstes Bauprojekt starten. Ja, das fängt jetzt an. Geht heute los? Vielleicht noch nicht, vielleicht noch nicht in dieser Folge, aber bald wir da sind schon. Aber auf jeden Fall dann. Auf jeden Fall in der nächsten Aufnahmesession, würde ich sagen. So, mir reicht es. Ich werde jetzt mit dem Bogen jagen, weil mir reicht es mit dem... Das heißt, Kantana. 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 Das heißt, Katana, du Milch-Bubi. Katana. Oh, hier unten. War da, ich ja bin... Ich jag mit dem Bogen. Wenn du was siehst... Ja, ich ja, Koffer im Strand. Achso. Die Anne jagt Koffer, okay. Aber da sind nur noch Klo-Träger. Nimmst du trotzdem. Also alte Schlupfung von Passagieren. So sagen. Die alten Buchsen. Nur der alten, alten Unterbuchsen, die getragenen. Verkrusteten. Ja, jetzt hat's doch da geht es. Oh, nee. Die Anne muss immer aus der Rolle fallen. Das macht keinen Spaß, das zieht mich voll runter. Ach, jedes Mal. Jedes Mal. Und jeder Aufwärmung. Gut, dass du jetzt mal dabei wirst, Rob. Du wolltest mir ja immer nicht klappen. Ja, weil wir... Leute? Alter, Big und ich auch so immer... Ohne einen Rock. Ach, da klar wieder alle auf mich und die anderen Schöpfen gucken. Ja, auf die Wasser. Ich rügel ihm die Zähne aus dem... Was macht denn der hier? Den hab ich, den hab ich verkogelt da hinten. Guck mal, wie der Dali. Ich hab grad ein Archivement bekommen. Jane Killer oder so. Geil. Ja, und der hier, der chillt ein bisschen. Los, Feuer machen. Feuer machen. Ich schwimme erst mal wieder sticky sticks sticks. Warte, ich mach Feuer. Ich bin mehrere nicht rum. Ey, kaum zumal wieder raus geht das wieder los, ne, mit den Idioten. Ja. Ja, genau. Die könnt's nicht lassen. Es ist einfach so. Das sind unsere Fans. Follower. Unsere Follower. Wir hatten jetzt Fans. Ach ja. Stimmt ja. Wer mehr Fans. Haben wir eigentlich Fans? Haben wir Fans da draußen? Schreibt jetzt mal die Kommentare. Ich finde, es sind einfach total grottig, wenn man das sagt. Ja, das ist kacke. Genau so wie... Meine Community, weißt du? Meine Community. Ich bin ein Fan von Rob. Echt nicht? Auch nicht eigentlich stimmt. Nee, kannst du nicht sagen. Es sind unter uns. Big sagt dazu gar nichts. Na, da fällt mir nichts mehr ein. Das ist Ende. Es gibt keinen Fans. Oder Follower. Nee, ich finde das klingt einfach total falsch. Die ziehen sich lediglich unseren Shit rein und mögen das vielleicht, wie wir es machen, aber... Was ich überhaupt nicht verstehe. Die gehören nicht dir. Das sind alles Individuen. Freie Leute. Freie Menschen. Deswegen finde ich das auch total falsch. Und wenn man sagt Fans oder... Mein... Mein... Meine Community, ne? Meine Army, wollte ich das immer sagen. Meine Army. Ja. Armee, das klingt immer so richtig. Äh... XY Army klingt so wie... Einer... Vielleicht in Krieg ziehen oder so. Ganz ehrlich, wenn die sagen Army oder so, da schickt mir die Rosatte aus dem Rahmen. Yeah. Ey, ey. Hey, hey. Ach nee, hab ich nicht in... Wer ist denn das? Hallo? Hallo? Ey, mach bitte raus. Wir nehmen gerade auf. Echt noch? Oh, so. Yeah, yeah. Ach, Mann, jetzt bin ich vor lauter Schreck. Wann. Soll ich dir mal mit dem Knochen auf die Birne holen? Alter! Träume, wir sind dann gleich fertig. Kommt hier der, 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 der... Kennt ihr den Gaming-TV? Kommt hier in der Mitte rein in der Aufnahmeplatz? Genau. Übrigens, wenn ihr mal sehen wollt, wie die Person, die gerade gesprochen hat, ausseht, schreibt doch mal. Ja, der... Er wird in Kürze mit... mit Facecam arbeiten. Hat er uns auf jeden Fall versprochen. Hat auch gesagt, ja, ich sag immer mal, was ich das machen will, aber... Im nächsten Live-Szenen mache ich das auf jeden Fall. Hat er auf jeden Fall gesagt. Big, big, guck mal, ich hier und der andere. Die andere? Guck mal, guck mal, sieht man das hier. Fahrzeug? Ne, an der Seite. Ja, das sieht aus, als würde ich mich fisten, Alter, da ist nix. Möwenkopf ist aber... Da ist so ganz am kleinen Fingernchen, hängt da so, hängt da so, hängt das Bleistick raus. Der Möwenschläger. Ich schlage hier nicht neuse. Denkt haben, wir wollen zu unserer Basis. Ja, wir wollen was bauen. Wir wollen nicht zu endlich mal was bauen. Wir wollen was bauen. Eine Base bauen oder Beat Bounce. 220. Am Anfang, genau. So, Pro Gaming war gestern, heute gibt es die Base oder Beat Bounce. Und hier ist wieder dein Lebensbaum. Baum es leidert. Ne, ich mein, weil das ist nicht so ein besonderer Anbietungsort. Ne, der ist halt, der ist halt älter als die Jungen. Der Tree of Life. Kennt ihr eigentlich noch Happy Tree Friends? Klar. Schreibt's jetzt in die Kommentare, wenn ihr's noch kennt. Nein. Ich mein, aber es gibt bestimmt auch viele, die das gar nicht mehr kennen. Das läuft ja gar nicht mehr. Oh, hier klingt's wieder groß. Was? Ich hab kein Dynamik mehr. Hat er das gerade gehört? Ja. Nö. Alter. Ich hab's echt nicht gehört, ich bin noch ein Bescheid. Alter, aber Alter. Dort ist er. Was denn da? Kleid zwei. Alter, ich geh scheiß. Schnell weg. Das sind zwei von die großen. Okay. Oh, der kommt weg, 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 weg. Wohin mal hin? Im Wasser, die kenne ich ins Wasser. Besten auf die Insel hier hinten. Wisst ihr, was ich mein? Ich geh kacken, ich geh kacken, ich geh kacken. Der pflastert und seine und dann regnet's bei uns vier Wochen lang. Ey, wir wollten doch nur zur Base oder Beat Bounce. Jetzt rennt die Dinger hier rum. Da ist eine Insel, dort können wir bauen. Hab ich doch gerade eben gesagt. Ja, aber wie kriegt man das Holz her? Da müssen wir erst eine Brücke bauen, das ist halt krass. Ach nee, das ist ja umständlich. Kriegt man das Holz für die Brücke her? Also ich hab mich gerade... Ich seh die gar nicht, ich bin einfach nur gerannt. Ich hab's doch... Ich hab's ganz kurz gesehen hinter mir. Ja, der eine kam angerannt wie so ein Wahnsinniger. Ist das der mit dem vielen Arme oder der mit dem Bein? Mit dem Bein. Da waren das Arme, ich weiß es nicht. Also doch spinnen mutant. Es waren zwei. Was ist denn los? Also wir können jetzt 20 Minuten hier rumstehen und dort drüben den Wald anschauen. Wir laufen mal am Strand weiter. Ja, da können wir mal ins Wasser abholen. Weil die kennen nicht schwimmen, also die ja trinken dann. Die trinken dann das ganze Wasser aus. Gibt's eigentlich Heile oder so? Ich dachte, es gab mal welche. Es gab Heile, aber keine Ahnung. Ich glaub, ich hab sie wieder rausgenommen. Okay. Ja, oder die sind woanders hingeschwungen. Äh, die sind umgezogen. Alter, das war jetzt echt gefährlich. Und wie es spannend weitergeht, das erfahrt ihr nur hier bei The Forest mit anderen Big. Hier sind nur 10 Minuten folgen. Da hinten, da hinten, da hinten rennt einer. Jetzt haben die Leute mal gesehen, wie wir uns einscheißen. Sobald wir nicht auf der höheren Stufe stehen. Das mutigste Gameplay. Scheiße, weg, weg, weg. Das tut halt panisch, ne? Big, der kommt weg. So, klebebar uns. Er hat bis alle bestimmten Gehörsturzen bekommen, die jetzt mit Kopf... Entschuldigung. Mit Kopftuch. Mit Kopftuch gespielt haben, ja. Ich speichere mal aus Sicherheitsgründen. Ja, ja, wär vielleicht ganz gut, ne? Wir sind schon im 10. Tag, Leute. Echt? Oh, aber wir sind nur der 10. Nacht. Ach, bei mir war's kurz dunkel jetzt. Du musst die Augen wieder aufmachen, Rob. Ach so, ja, Entschuldigung. Da bin ich wieder... Da oben rennen sie rum, die zwei. Schau's dir an. Hä, wo denn? Komm zu mir. Ach nee, das ist normal. Ja, das ist ein normaler, als bei mir läuft. Oben am Bergkamm ist grad gelaufen. Sogar gerannt. Hier Blaubeeren. Ich würde sagen, wir gehen mal weiter. Alter, wir brauchen unbedingt eine sichere Basis, Leute. Wir haben viel zu lange rumgeeiert. Sicher wirst du's nie haben. Und selbst haben die den kaputt gemacht. Aber du kannst ja dieses Repair-Tool bauen. Haben wir das nicht zu kommen? Nee, aber... Also ich hab's noch nicht. Ich muss ja aus dem Stock... ähm... Klof, ich weiß nicht, wie das hier ist. Klof? Und ist Klof. Und... Sox in Deutsch. Stoff, Haux. Ja, kennt ihr das nicht, wenn ihr ein Englisches Wort habt, aber habt keine Ahnung, wie das übersetzen wollt. Ja, kenne ich. Oder wie ihr es aussprechen sollt. Ja. Baa. Ey, Alter! Ich hab' mir rausgerutscht. Okay, also Big Quantum ist das übrigens, wenn ihr den Kanal mal besuchen möchtet. Schaut jetzt in die Videobeschreibung. Wir können aber auch noch mal auf die Yacht gehen. Vielleicht ist da noch was, was wir mitnehmen können. Ich weiß nicht, ob das neu wird, weil die ganze... Doch, es wird gespawnt. Eigentlich. Oh, die Dinger haben ja Schildkröten bei uns an der Wohnung. Weil hier kann man schön Generic Meat raus. Oh Gott, ey. Da hinten einer am Strand. Ein Strandläufer. Ne, ich schwimm mal zur Yacht drüber. Okay. Jo, ich bin auch gleich da. Ich hab' noch die Schildkröte mitgenommen. Oh, ein Fisch mit dem Kopf weggerannt. Jetzt gleich wieder. Boom, boom. Einfach schwimmen, 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 schwimmen. Schwimmen, schwimmen, schwimmen. Das ist so... Das ist so schön. Findet Big. Finding Bigfoot, oder? Finding Bigfoot. Oh, Big, es gibt noch Haie. Echt? Ja, hier rechts von dir. Kai, der Hai, oder was? Ne? Ernsthaft jetzt, oder tust du mich bloß wieder? Ich verorscht dich wie immer, das weißt du doch. Guck doch, guck doch mal an Mwops ein Video, oder? Genau, guck einfach mal an meine Aufnahme, das siehst du es. Also hier ist wieder alles neu gespawnt. Die Snacks. Oh, geil. Gewäch Snacks. Klopapier, Alkohol. Stoff. Speichern. Ja, Speichern ist auch wieder neu gespawnt. So, ich bin auch endlich noch bei der Yacht ange... Die Leiche liegt hier noch. Das ist... Wer würde mich echt wundern, wenn die auf einmal weg wäre, dann... Ja, die hat jemand gegessen. Dann gibt's noch Haie. Aber wir sollten noch... Holy Shit. Wir sollten aber noch... Bitte zu unserem Lager kommen. Jo. Na dann. Bin ich auch so dafür. Ja, 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 und sofort da. Was eigentlich gleich hier in der Nähe ist, oder? Mhm. Also weit weg dürfte es auf jeden Fall nicht mehr sein. Schau mal immer! Den Baum, der bei uns immer steht... Ach guck mal, ich sehe du auf unserer Hütte schon. Ach so, ja, genau, das sieht man ja. Ich bin da ein blindes Hut. Das ist schon so ein 50-Zoll-Monitor. 10.000 K. Und dann sieht das so eine kleine Hütte nicht. Ich bin ein blindes. Ich bin ein blindes. Ich würde jetzt gerne Rindfleisch-Hamburger essen. Oh ja, das wäre lecker. Das wäre nicht, weil ich gerade Moog gesagt habe. Okay, also ich gehe schon wieder vor, das ist schon wieder falsch, was ich mache, oder? Das ist ein Fail. Ich würde alleine vorrennen. Ist ja hier kein Wettkampf. Wohl doch einfach. Ich muss mal das Feuerzeug mal ausmachen hier. Das nervt mich. Wunder mich die ganze Zeit, was klickt denn hier die ganze Zeit? Klick, klick, klick. Und das Interessante ist, dass das Feuerzeug gerne nimmt. Ist nie alle! Das ist... Na, die Big-Fahrzeuge, die halten wirklich lange. Das ist ein Solar-Fahrzeug. Das lebt sich. Oh, guck mal, wie unsere Hütte aussieht. Wir warten an unsere Hütte dran. Wo sind wir da Hütte? Ne, die saßen willkommen und schief auf. Ich glaube, das ist normal. Das ist normal, Anne. Ne, die kann man reparieren. Ne, die Treppe kann ich reparieren. Ich probiere jetzt mal so ein Repair-Tool. Okay. Gut, ich würde sagen, ich kümmere mich jetzt erstmal... Big, du suchst jetzt mal einen geilen Bauplan raus. Weil wir müssen jetzt hier up-safen. Wir müssen Umzäunungen bauen, wir müssen Fallen bauen. Könnt ihr jetzt schon anfangen mit dem Zaun hier. Okay, ich habe mir jetzt mal so ein Repair-Tool gemacht. Okay. Dann kann ich hier mal ein bisschen, äh, diese Sachen bauen. Reparieren. Re-parieren. 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 Die Big-Gute Besserung übrigens an der Stelle, an Big-Quantum. Ja, ich habe es repariert. Hier kann ich auch ein bisschen reparieren. Re-parieren ist einfach mit einem... Mit einem Hammer oder was? Mit einem Hammer, ja. Geil. Also, ich bin jetzt Bock der Baumeister. Okay. Ich bin hier für die Reparaturen zuständig. Ja, und ich tue schon mal die Umzäunung bauen. Also, vorbereiten. Jo. Dass ihr bloß noch die Bäume reinschmeißen müsst. Schildkrötenfleisch noch ran. Fuck. Ich mache es vielleicht nicht so groß, oder? Ja, Mann. Aber der Rob wollte ja ein gigantisches Projekt. Ja. Ich bitte darum. Wir wollen auch was zeigen hier. Könnt ihr den Zaun schon sehen? Ja. Ist auf jeden Fall eine kleine Base. So, okay. Dann legt man los. Weil jetzt von euch eigentlich irgendjemand, wo man die andere Holzfäderachs herbekommt, wo die sich versteckt. Ich glaube, in irgendeiner Hölle auch. Ja, wir bräuchten mal die Axt, die große. Also, früher war sie mal im Haupt eingeborene. Es gibt auch eine Motorsäge. Ja, stimmt. Benzin habe ich schon. Okay, der Big hat jetzt hier losgelegt. Wir sollen jetzt hier Holzacken. Na dann, ich fang an. La 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 la. Die lustigen Holzfäller. Jetzt geht's los. Jetzt sind wir bei der Forst angekommen, ne? Jetzt fangen wir an und bauen. Ja, wir haben auch diese Serie auf D-Max. Diese Holzfäller ihre... Holzhäuser werden bauen. Ja, ne? Durch die großen Bobbys sind wir zu dem Schluss gekommen, wir müssen... BAM! Ich habe dich gerade nicht verstanden, Big. Bei mir warst du gerade... Weg! Abgehakt! Wegen Baum und Hacken oder so? Abgehakt! Geht's wieder? Ja, ich glaube schon. Ich habe aber vergessen, was ich gesagt habe. Ja, dann war's das Wichtiges. Das ist bei mir nie. Ach so, ich finde das immer schon sehr interessant, was du erzählst. Ja, das sagst du jetzt bloß, damit ich dir anzunehmen werde. Nein! Na? Blöder Baum? Gibt's eigentlich Pflaumenbäume? Haben wir eigentlich noch irgendein sozialkritisches Thema, was wir mal ansprechen können, wenn wir jetzt hier Hölz hacken? Äh... Große Koalition! Ähm, bitte nicht. Die Scheiße kotzt mich schon so an. Ja. Der Scheiß, der da gerade stattfindet, das hat garantiert kein Schwein gewählt. Ganz ehrlich. Normal müssten die alle von sich aus zurücktreten, diese Idioten. Ganz ehrlich. Das ist Kindergarten, was dort abgeht. Die kriegen nix gebacken. Die CDU, SPD und wie sie alle heißen. Und regen sich, haben aber nichts anzutun, als sich über die AfD und so weiter zu beschweren. Ja. Na, die beschweren sich doch alle nur. Oh, das war knapp. Wer hat hier nen Baum gefällt? Ich nicht. Anna? Ich hab gerade mal einen... Ah, nein. Ah, ah, na, na, nein. Nein. Der Anna hat gerade ne Anal geboren. Was? Was? Der Big wieder, weißt du? Der Big wieder, weißt du? Ich arbeite hier nur. Ja. 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 Oh, guck mal, dann kann man sagen, wir haben unsere Aufnahme ist echt... Ja, wir haben, wir waren heute mal produktiv. Wir waren wirklich schon produktiv gewesen. Ich weiß jetzt nicht, ob das was produktiv war, was wir da gemacht haben. Aber wir haben auf jeden Fall was geschafft. Also wir haben die Gefahr erkannt. Zwei riesige Mutanten rennen hier rum und haben sofort reagiert. Gefahr gebannt und, äh, Gefahr erkannt und gebannt oder so. Genau, genau. Das Problem ist nur, die Mutanten sind jetzt nicht allzu weit weg von... Ja. Noch kein Problem, wir haben noch Dynamit. Hast du noch Bühner? Ein bisschen, ja. Zwei oder drei. Ein bisschen? Bisschen. Und man kann nicht so viele Wattwitze damit machen, ne? Ja, ist so geil. Zwei. So. Also jetzt wird gebaut hier, ne? Ihr seht's, Pro Gaming auf neuem Level. Muss ja auch noch sein, was ein bisschen so runterkommt. Ja. Wir haben jetzt so viele Exkursionsfolgen gemacht, Leute. Genau. Jetzt geht's aber um Sicherheit. Sicherheit geht vor. Sicherheit geht uns alle an. Safety first. Mit Sicherheit macht man nämlich keine Kompromisse. Ganz genau. So ist es. Die geht's wieder los, Leute. Mit was? Ich würde auch sagen, wenn's so dunkel ist, macht das eh keinen Sinn. Weiter zu Holz, Stämme zu suchen. Weiter zu Holz zu hacken. Denn da seh ich nichts und ich glaub, die Leute auf YouTube werden noch weniger... Ja, das... Das sind grad noch weniger. Können wir was zu schnabodieren machen? Das wär geil. Soll ich noch jemanden was aufm... Jaja, hau rauf, hau rauf. Jo. Ich helfe mir mal einen Pick noch ein bisschen. So. Ja, wir haben alle Hunger. Ne, wenn... Ja, ich bin schon, ich bin schon drüber. Warum dauern das so lange? Sorry. Oh. Ciao. So. Jetzt kommen sie wieder. Na toll, es ist aber noch nicht fertig. Ne, wir bringen's mit. Okay. Aber sehr geil, wie ich den Zaun gezogen hab. Alter. Sehr gut aus, ja. Ja, ist professionell. Geräumig. Geräumig, oder was? Geräumig, geräumig. Geräumig, geräumig. Oh, mir ist kalt, ist hier irgendwo im Feuer. Jaja, hier, alles an, alles an. Auch schon wieder, heute gibt's wieder Gulasch. Ja, ich hab von allen ein bisschen was draufgehauen. Ich hab auch noch schon durch. Nur mal drauf. So, wie lang ist denn die Folge jetzt schon wieder? 26, 27. Oh. Ich glaube, da kann man sagen, dass wir uns in der nächsten Folge auf jeden Fall wiedersehen. Richtig, ne? Kampf gegen die Mutanten. Geh mal in die bitte Gruppen kuscheln. Gruppen kuscheln. Warte. Da rennt schon wieder mit dem Holz rum hier. Ich will das noch schnell verbauen, sonst sagen die wieder, ey, das hat voll noch Holz übrig. Hättet doch die zwei Minuten auch noch machen können. Genau, der Lappen. Ihr könnt doch nichts können. Ihr könnt nichts. Das ist nur Clickbait. Dann nehmt ihr das auch noch auf, dass nichts können. So peinlich. Ich werde mal speichern. So, genau, gespeichert habe ich auch. Alles gesaved und damit, ja. So, bedanke ich mich bei euch für das Einschalten. Heute bei der, naja, Exkursion Mutanten Bau Zaun Zieh Big Quantum Folge. Und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei, wenn wir dieses gigantische Bauprojekt, ich zeig's euch nochmal, dann fertigstellen werden, um den Kampf gegen die Mutanten aufzunehmen. Mega. Ich frag mich, wo wird das Holz her? Äh, ob mir das egal. Gut. Ja, danke. Liebe Grüße. Euer Rob. Big, Anne? Ja. Lasst mich nicht hängen. Hi Leute und willkommen am Ende von dieser Folge. War der geil gesagt. Nein, wir werden jetzt als nächstes erstmal weiter bauen dann. Ja. Und dann müssen wir in die Hüllen, wir brauchen unsere verschiedenen Waffen noch. die extra Motorsäge und was alles gibt. Vielleicht ein Fernseher. Radio. Haben wir achtet. Übrigens, das Radio können wir auch an einem Baum nageln oder so. Das zieht dann die Eingeborenen dort an. Yes. Okay Leute, vielen Dank fürs Zuschauen und wenn es euch gefallen hat, knallt uns einen Kommentar ein. Daumen oder ein Abo. Hallo. Und ich habe jetzt das letzte Wort von der heutigen Aufnahmesession gelegt. Und danke, dass ihr eingeschaltet habt und in der nächsten Aufnahmesession direkt zusammenkommt. Aber super. Werden wir 170 Loks versuchen zu organisieren. Und mal schauen, was sonst noch so. Das ist doch kein Problem. Wenn es in die Quere kommt. Das ist doch 170 Loks. Hallo. Das ist ja gar nichts. Das ist ein Baum. Dann haben wir mal. Tschüss. 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 Tschüssi. 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 Tschüssi.